wir machen ein bisschen ich vermute von den letzten beiden außenposten heute übernehmen ich würde jetzt ganz spontan die schnell die rechte nehmen die blaue also für mich glaube ich weiß wahrscheinlich ja weil daneben ist nämlich eine schad suche noch die ich gerne noch mitnehmen möchte auf jeden fall gut ja wie gesagt uns fehlen noch zwei kleine außenposten haben wir alle weg ja wir haben uns ein auto gesporen ein auto ich habe jetzt bei mir ist markiert die schad suche nein das ist nicht jetzt ist er markiert wir können jetzt sogar die elite versorge nehmen ja dadurch dass wir jetzt seit der letzten folge tatsächlich prosperity komplett ausgebaut haben moment ich kann was runter gucken wo wir gerade bei komplett sind also elf habe ich schon fast sechs und sieben 13 ich brauche noch was sieben 18 15 21 ziel brauche ich noch 10 vorteilspunkte dann war ich dann bin ich komplett ja weil es klingt gut drei wieder am stadt und dann ist es noch auf der wenn auf der wenn auf der ja obwohl wir ein paar sparen sollte ich träge also aus der baller wird gut ich habe jetzt gerade mehr lungenkopsizität dazu gepackt also ich brauche es wieder 15 13 also ich kann jetzt mit dem step-by-step machen doch sein let's go wie wir sind heute schon wieder so ewig lange daran ich weiß nicht wie lange mittlerweile das war natürlich keine absicht warum klingt das so ironisch jetzt war wirklich keine absicht ich wollte die zivilisten nicht töten da ist irgendwo eine vorwärtslieferung ehrlich da höre ich nämlich das flugzeug da ja schön aber irgendwie hat das nichts fallen lassen das habe ich mir zumindest nichts angezeigt merkwürdig Hm. Dann hab ich mal wieder entdeckt. Bei der mehr Luxus können wir jetzt, sonst haben wir ein Fahrzeug nicht immer dick geschützt. Gute Geschwindigkeit, dickes Geschütz hinten drauf. Ja. Es kostet sich aber schwer. Das haben wir soweit schon mal geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir mittlerweile online haben. Keine Ahnung. Mit der Folge hier. Ja, schon einiges, glaube ich. Ich glaube mittlerweile sollte man bald über die 30 drüber sein. Oh, ich bin fast reingefallen. Das ist jetzt direkt zurück. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich halt zu schnell. Hab ich zu überfahren? Ja. Ich bin zu früh rausgesprungen und du warst auch im Rückwärtsgang. So, der vorletzte, liebe Leute. Ich kann das Fahrzeug jetzt sabotieren. Aber dann nicht unseres. Könnte ich. Ich weiß, aber tu es bitte nicht. Ich würde uns ungern in die Luft sprengen. Okay. Selbe Taktik, den Scharf schützen am besten, würde ich sagen. Du bist einig. Ja. Ich habe einen Aufmerksam. Ich bin in Deckung. Aber es geht nicht. Ja. Ich bin in Deckung. Aber es geht nicht. Ja. Ich bin in Deckung. Aber es geht nicht. Ich glaube, sie haben auch irgendwas Schärfschütziges Ich glaube auch Ich finde die gut wecker Ja, nice Der Hund, der hat mich ein bisschen Triggert Jawohl Ich glaube sogar unentdeckt Ich glaube, wir waren sogar unentdeckt Und ohne Alarm auf jeden Fall Unentdeckt, jawohl Ja, dann direkt weiter Wollte ich sagen Ja, genau das ist jetzt der Plan Pfeiler hochziehen Und du sagst wieder Let's go Wenn wir dann Weitermachen Ich bin vor weit Ach, das machen wir nach der nächsten Story Müssten würde ich behaupten Das ist relativ langweilig Wurde ich danach Diese Spots für Tider Mal ab ein bisschen farmen gehen Ich meine Der Trailerpark wurde gerade von den Highwaymen übernommen Mehr Ethanol, aber auch mehr Wachen und Alarmsysteme Ich bin hier irgendwo runterrutschen Hauke, Alter Hammer Ich glaube, die Pfeiler haben wieder gleichzeitig getroffen Kann das sein? Es hörte sich an, es werden zwei Pfeile drauf getroffen Ja Ich schleiche mich mal in die Bude da rein Wo der Typ vorstand Ich würde gerne im Laufe des Displays mal drei Sterne aus dem Posten Komplett nur mit Takedowns einnehmen, wenn du da Bock drauf hast Können wir versuchen Können wir ja dann die Insel oder so machen Dann haben wir ja die Chance auf die Hose Also ich Also wir Also ich Die Zuschauer haben die Chance, mich in diesem behinderten Nairon-Kostüm zu sehen Pass auf der Hund da hinten Warte nun kalt, genau Schon erledigt Sehr gut Halt den Kopf unten, der Hund hat dich entdeckt, das ist schon mal nicht gut Zum Beispiel für einen der Alarm ausgeschaltet Alarm ist tot Ja Verdammt, ich wurde entdeckt Bestimmt der letzte Ich halte so Nee, doch nicht Ich habe ihn nämlich da Oder der Hund ist der letzte Hier unten Ist der Oh, der hat Sache, der Hund war der letzte Ja Ja Ich habe meine Schaufel Sehr schön Wir müssen leider noch einmal rein Dann fehlt es nur noch einer Also quasi vier Stück fehlen uns noch Echt eine nette kleine Festung hier So, neue Pfeile kaufen Na gut, jetzt brauchen wir uns Kostet ein Kandidat nur mehr für Prosperity Das haben wir ja mittlerweile Aber für diverse andere Sachen noch So, ja eben Für Karten zum Beispiel Waffen aufrüsten Oder bauen, glaube ich Ja, Eternol ist die ganze Zeit wichtig Definitiv Braucht Eternol Oh, hier oben ist ein Tresor Nehmen wir mit Ich muss eigentlich mal Beziehen Herausforderung machen Das heißt, ich muss 10 Schöne mit der Pfadfeuerwaffe töten Ja gut, die musst du dir selbst angucken Die musste Ja, keine Herausforderung Aber soll ich immer jetzt zusammen angehen Das können wir machen Muss nur sagen Ja, ich weiß Ein paar Sachen sind halt dabei Na gut Dann müssen wir nochmal ran Wenn du bereit bist, machen wir weiter Ich bin bereit Ja, let's go Nu Wenn du mit dem Bis zum nächsten Mal Komm, binm welchen verstrecker direkt mit dem schausschützen gewähren wenn du das schaffst ja natürlich und darum der eine schausschütze und verdammt schon gesehen wo ist der dritte alarm alle alarme deaktiviert weiß glück gehabt ich hatte sprengen und bei mir fest für checker tot schädlich sehr gut damit haben wir nur noch einen aus dem posten damit sollten wir zum letzten aus dem posten noch das müssen wir eigentlich alle haben ja noch fünf nehmissionen noch acht story mission also so ewig dauert das spiel auch nicht mehr so lange ist halt nicht ja gut fotos mp3 player geplünderte orte brauchen wir noch über aber noch 86 stück sehr gut expedition brauchen noch 17 ich habe suchen noch sechs wir haben noch ein bisschen was zu tun auf jeden fall es wird noch ein bisschen was zu tun sein so gut da brauchen wir den letzten außenposten wo habe ich denn gesagt wo ist denn der eine noch oder könnte er sein so rum ich habe markiert aber hinfliegen hier ist ein helipad ja macht es vielleicht einfacher oh mein kran, sie macht grad schaxen, eine weg und nütz ja dass wir warten ich habe ich dann wieder am weg bestimmt bestimmt wir könnten die schatzsuche die du da markiert hast zwischen schieben ja kommen wir sitzen in verfluchten heli also wir haben geballte feuerkraft ich habe tatsächlich so gut wie noch nie in dem spiel heli geflogen da habe ich uns in die luft gespringt mit raketen gut dass du überlebt hast mein fehler ich dachte ich war weit genug weg mit dem heli um die raketen abzufeuern war nicht so aber wir sind ja an viel dort angekommen es ist immer gut karte benötigt oh hier geht's rein kein kleines lagerfeuer hier ja sorry so und jetzt tun wir das mal mein feuer hat vincent das war das ich weiß nicht was er da fief was oder so gekillt auch wenn es mir ziemlich auf den sack geht das feuer dach ich sterbe hier wird das feuer brennt immer noch vor sich hin ja eben also ich bin irgendwie draußen auf dem dach aber wieso verbrenne das nest warum ich will das nicht verbrennen der frief was hat mir das nicht getan ach ist offen was ich wusste noch hier rauskomme irgendwie und dass ich mich draußen geblieben habe ich mal wieder die machen lassen richtig das war eigentlich der plan an der ganzen sache das habe ich mir schon gedacht also funktioniert der plan ja in diesem fall sind eine menge guter sachen versteckt aber ein paar der verstecke sind echt verdammt gruselig ein haufen alte kirchen und zackatwände auf denen irgendwas davon steht sich vom vater retten zu lassen ja 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 diese leute hatten schon probleme bevor wir hier waren jawoll ich glaube dann habe ich auch alle weiß also auf der auf der driveрtitel wird immer noch hier Thing los sich hin h haha naja was soll ich sonst tun sind noch zwei zahlen red ha zwei zwei zahlen ich weiß wie den Dinger heißen zahlen capacity heißen sie wahrscheinlich sind diese fehler an weisse zeugte für noch hier da und ist relativ viel sexen das ist ein vorrat heini von buchermitze wir sind bestimmt im haus ich hab die bestimmt schon ich war da drin wie komme ich denn da rein ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ich hoffe du kannst ja überhaupt machen weil ich hab da dinge angezündet wir müssen bestimmt später und hier geht's rein und viel spaß darin ich gleite ein bisschen mit dem indizier durch die gegend ich komme gerade nicht durch dieses komische holzbrett am weg liegt oder was auch immer das ist das nicht zerschlagen oder so ja vielleicht müssen wir wirklich so einen späteren zeitpunkt dahin jetzt markierst du da die ganze zeit aber kratz wie lange war das feuer brennt das feuer ist ja bestandteil der questus also das brennt ich werde du das sagen dass du das wegen dem ding da sondern das das brennt so wegen der quest genau so Nein, schade. Spawn uns mal zum... Die Schrauberbude Oh, mit Absprungs Hm? Die Schrauberbude? Oh, mit Absprungs Ja, mit Absprungs Oh, Leic Wings wird auf Richtung Dann direkt Wingshut aufmachen und Richtung den markierten Punkt den Außenposten ausfliegen Ja Weißt du was ich mein? Ja Sehr gut Cool Dann schauen wir mal Das wäre die letzte glaube ich drin So, ein bisschen drehen Das ist ja wunderbar Da kommen wir perfekt hin Ich gleite richtig mit dem Wingshut dahin Oh nein Du musst aufholen Ich gehe richtig um Oh nein Egal, ich habe den Wingshut auch an Ich bin abgeschlagen Aufgeschlagen Ich bin unten Echt? Ich kann mit dem Dinger nicht fliegen Achso Ich war Wirklich kurz vor Dingens Ich wäre wahrscheinlich in den Außenposten reingeflogen Musst du respawnen oder was musst du machen? Ja 7, 6, 5 Sekunden noch Ich bin bei dir Sehr gut Dann geht es mal an den letzten Außenposten Für diese Der letzten Unentdeckten Genau das Aber wie gesagt Wenn du Bock drauf hast Und Natürlich Also Wäre ich mal cool Also ich fände das cool Auch was du Für die Zuschauer zu sehen Wenn wir dann Auspassen Richtig hardcore Also alles Ne? Du weißt ja 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 Wir haben bestimmt mehrere Versuche Dafür brauchen dann Aber Oh Ich bin weiss Vorherlich Und treffst er nicht Meist Da ist er Okay Jetzt ist er aufmerksam Dank mir Alle Mit dem Arsch Immer wenn ich die Sehne loslasse Läuft er Aus dem Fahnenkreuz Drauf man Nein Scheiße Wo ist der Alarm Ich seh den Alarm nicht Vor dir Da Okay Ich hab den Alarm Säkuliert Also Wer hat's denn gesehen Scheiße Keiner Doch doch Ich hab die Anzeige bekommen Was da entdeckt War das Okay Ja der eine Hat mich gesehen Kaffee Deswegen bin ich Losgestört Und hab den Alarm Säkuliert Proben sind Ist doch einer Auf dem Dach Gut Dann haben wir den Aurek Das war der letzte Außenposten Die uns Auf unserer Liste Kleinen Liste Noch gefehlt hat Aber ich mach Danach jetzt Feierabend Mit der Folge Also ich mach Mit der Folge Jetzt Feierabend So quasi Wir nehmen So weiter auf Weil ich glaube Wir sind schon Wir haben einen Außenposten Komplett hochgezogen Wir haben noch Den nebenbei Ein bisschen Da rumgehampelt Und alles So Dann mach ich noch Keine Waffen Bis heute Dann weitermachen Wir machen mal Hier kurz Kleinen Break So dann Und dann mach ich Feierabend Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Auf jeden Fall Tschüss Tschüss Hey